Foodies, was geht ab? Wir haben wenig Zeit und deswegen sollten wir die Zeit auch richtig nutzen, um das Bestmögliche herauszubekommen. Einfach, schnell und lecker. Wenn ich mein Frühstück zubereite, beziehungsweise bei jeder Mahlzeit, die ich zubereite, sind das die drei Dinge, die ganz, ganz wichtig für mich sind. Und ich glaube bei euch genauso. Deswegen habe ich euch mal ein leckeres Porridge heute zubereitet mit Banane, Kakao, Zimt. Und richtig coolen und richtig leckeren Geschmäckern, um euch den Tag so ein bisschen zu versüßen. Denn wir alle haben einiges vor am Tag und mit dem richtigen Frühstück lässt sich auch jede harte Arbeit bewerkstelligen. Lasst es euch schmecken, Rezepte und Rezepteinleitungen wie immer in der Infobox. Peace out, stay healthy, get out, bis zum nächsten Mal. Nehmt euch also euren Mixer oder Pürierstab und gebt die Banane, das Kakaopulver, Kokoslosmilch, Wasser, Zimt und den Ahornsirup hinein und mixt alles gut durch. Wer es im Porridge fruchtiger mag, der kann gerne die Banane austauschen für einen Pfirsich oder einen Mango. Sei kreativ und probiert es aus. Ich benutze in dem Fall ganz normale Haferflocken. Gebt diese also und die Kakaomasse zusammen in einen Topf und lasst es kurz aufkochen. Rührt gut um, damit nichts anbrennt. Rührt nochmal gut um und lasst es dann für drei Minuten kurz ziehen. Denn dann könnt ihr euer Porridge in eine Schale umfüllen und dekorieren. Ich benutze in dem Fall Leinsamen und Kakaonips. Gefrorene Beeren passen auch perfekt dazu, besonders im Winter, denn so muss man nicht die teuren Frischen kaufen. Auf jeden Fall Granatapfel, gepopptes Quinoa und ein paar Kokosnussflecks. Damit ist eins meiner Lieblingsfrühstücke auch schon fertig. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Immer. Nicht nur Anymore wenn, Derïmилась? Bis zum nächsten Mal. Está untertitelt. Bis zum nächsten Mal.